12. September 2006 Maria Namen Erzengel Michael Sprecht den heiligen Namen Gottes und den Namen der Jungfrau Maria stets würdevoll und ehrfurchtsvoll aus, damit für euch und für andere Segen daraus werde. Ruft den heiligen Namen Mariens mit großem Vertrauen und Beistand an, sei es in Freude, im Betrübnis oder auch inmitten eurer alltäglichen Arbeit. Das Herz und der Name der allerseligsten Jungfrau Maria seien euer Schutz. 13. September 2006 Mutter Gottes Meine lieben sühnenden Kinder, ich habe die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens auf euch ausströmen lassen. Ich möchte sie aber immer reichhaltiger auf die ganze Menschheit ausströmen. Bei dieser großen Aufgabe seid ihr im heiligen Werk der Seelenrettung, meine Mitarbeiter. Ich zähle auf euch, eure Gebete, eure Sühne und eure Liebe. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.